Musik Bei der österreichischen Bevölkerung findet die Jagd durchaus Zustimmung. 67 Prozent haben bei einer großen Umfrage letzten Sommer Ja zur Jagd gesagt. Jäger sind für mich die ersten Naturschützer. Sie sorgen für einen entsprechenden Bestand des Wildes. Musik Es ist nicht nur eindimensional, es ist wirklich ein Mehrfachnutzen, der aus der Jagd hervorgeht. Und uns ist es wichtig, dass wir in dieser so schätzenswerten Kulturlandschaft, die Österreich prägt, auch weiterhin die Jagd als fixes Element sehen können. Denn es ist unheimlich wichtig, um diese Kulturlandschaft auch weiterführen zu können. Musik Die Landwirtschaft hat Interesse an einer ökologischen Nutzung durch die Jägerschaft, weil ansonsten die Wildschadensbereiche extrem zunehmen würden. Ich denke nur an Schwarzbild. Und wir sind hier der Jägerschaft sehr dankbar aus der Sicht der Grundbesitzer, aus der Sicht der Landwirtschaft, dass hier sehr sorgsam und pflichtbewusst umgegangen wird. Musik 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 Vielen Dank.